Was haben wir hier? Hier haben wir die Grenze erreicht, glaube ich, Wallace, ne? Genau, das ist schön. So, wie geht's denn jetzt hier oben weiter eigentlich? Warte mal, hier sind Fragezeiten. Was hat das zu bedeuten? No, achso, to work at this location. Ja, na klar, also, das ist der Steinbruch, dann brauchen wir hier Stonecutter. Fünf! Boah, da habe ich letztes Mal, glaube ich, schon um fünfzig. Machen wir erstmal nur einen. Da müssen wir mal gucken, wir brauchen nur ein paar Migranten oder irgendwas, die hier arbeiten kommen wollen. Jetzt haben wir erstmal nur einen Arbeiter im Steinbruch. Aber so ist das Leben. So, jetzt gucke ich gerade nochmal nach unseren Farmern. Warte mal, hier Cropfield. Hier haben wir zwei. Zwei. Ja, eigentlich fehlt ja hier noch eine Farmer, ne? Wobei ich glaube, gelesen habe, bei der Größe an Feldern reicht ein Farmer aus. Ach, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Wir probieren es einfach mal. So. Jetzt müssten wir eigentlich, warte mal, Farmer, 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 Farmer. Da. Drei Stück haben wir, brauchen wir. Genau, dann kommt nämlich hier noch ein Farmer hin und da noch ein Farmer. Kann es sein, dass das sehr viel größer ist als das? Oder ist das gerade nur eine optische Täuschung? Vielleicht über den Weg hier. Das kann natürlich sein. Dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt gerade schlicht und hier rum. Wieso liegen ja ein Haufen Steine rum? Wieso sind die nicht da drin? Oder ist das Iron? Ist das Iron? Iron? Was denn jetzt? Ja, Firewood. Immer noch. Wieso liegt denn das Eisen da draußen? Hier ist auch noch ein Lagerplatz. Da gibt auch nichts drin. Oh, es grünt, es grünt. Jetzt haben wir schon Frühling. Hammerkrass. So, warte mal, hier haben wir jetzt einen eingeteilt, hier haben wir einen eingeteilt. Und hier muss noch gemacht werden und hier ist auch einer eingeteilt. Warte mal, ich konnte doch Prioritäten setzen, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Wo waren das? Einmal hier bitte und einmal da bitte. Meine lieben Labora. So, wir sind hier im Steinbruch aus. Und dann... Oh je, du arme Sau. Schimäre, die... Oh, mit 52 hier noch am Hacken von Stein. Das ist ja... Aber Happy ist ja nicht gerade, ne? Ja, werde ich auch nicht sein. Aber wir wollten, wir müssen unbedingt einen Friedhof bauen, ne? Da war ja letztes Mal das Problem. Mit dem Friedhof. So, wenn die jetzt hier nicht mal langsam anfangen, habe ich, glaube ich, ein Problem. Dann werde ich... Ach, guck mal, ich habe die... Ich habe die Felder schon größer gemacht, ne? Aber naja, gut, ist ja... Wird schon, wird schon, wird schon. Sind die halt ein bisschen größer hier. Oh, wir haben einen neuen Student. Firewood ist immer noch low. Na ja, vielleicht kommen wir jetzt... In diesem Jahr... Vielleicht können wir da ein bisschen... Ähm... Für Nachschub sorgen. Guck, wie sieht es denn aus? Herbst haben wir hier. Guck mal, wir haben sogar schöne... Äh... Dings... Mäntel. Was ist das hier gewesen? Das ist... Ach, das war der Schneider. Und hier ist der... Taylor! Ne, der... Der Schmied. Wäcksmüff. Na, ich würde sagen, wir beobachten das jetzt mal ein bisschen. Food ist auch schon low wieder. Ja, 247 in der Heidewitzke. Ja, gut, bis jetzt die Ernte dann da ist, das dauert ja auch wieder eine ganze Weile, wa? Nee, da müssen wir... Achso. Ja, warte mal. Dann müssen wir vielleicht wieder den Fischermäen hier einstellen. Achso. Ach, ich... Ja, genau. Gut. Wieso regnet das denn immer so oft? Uft. Mach schon, bleib vorbei, gehst du. So. Chimäre des... Diff. Warum bist du denn nicht glücklich? Gefällt dir dein Job nicht? Achso, du bist... Du bist... Guck mal, die ist ausgebildet mit 53, also etwas talentierter als die anderen, und arbeitet im Steinbruch. Naja. So muss das sein. Jahrelang die Schulbank gedrückt, um dann letztendlich in den Steinbruch verfrachtet zu werden. Jawohl. So, wie ist denn das denn jetzt hier eigentlich? Ach, guck mal hier, das wächst jetzt, glaube ich. Oder es wird halt reif. Und dann... Ich bin ja mal gespannt, als ob es mein Plan hier aufgeht mit dem einzelnen Farmer. Aber hier braucht man ja definitiv zwei eigentlich, pro Feld, weil die sind ja dann doch wesentlich größer als die Dinger hier. So, einmal Pfeffer, einmal Cabbage. Ich weiß immer noch nicht, was Cabbage heißt. Food ist immer nur low. Ja, das ist so eine Sache hier. Jetzt müssen die Angler das irgendwie rausholen. Lieber Angler. Was haben wir denn hier? Guck mal, hier haben wir fünf... Ach, guck mal hier. Ach, na eben. Wir haben ja noch unseren... Wurzel, Beeren, Wur... Und, 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 äh, und so weiter. Hier, äh, Onions. Zwiebeln. Naja, da kommt doch Essen rein. Da können wir schon hin. That's fast. So, was haben wir hier? Achso, hier haben wir kein Leder, okay. Und hier haben wir die Ressourcen voll. Oh, das ist schön. Das finde ich gut. Das heißt, wir haben jede Menge Werkzeug. Am Start, Iron Tool, hier haben wir einen drinnen. Ist das hier drinnen, oder was? Ah ja, 49. Schön, da haben wir das schon mal... Das war ja, glaube ich, unser Problem, ne? Beim letzten Mal, dass wir keine Tools mehr hatten. So, hier, 22%. Oh, jetzt muss ich hier direkt... Äh, Pfeffer. Und... Ein Farmer. Ist das hier schon der Farmer? Ja. Sehr gut. Oh, jetzt haben wir hier kein Farmer mehr, oder was? Ah, ah, ah. Äh, achso. Moment. So. Zack, zack. Zack. Ja, ja, ja. So ist richtig. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt haben wir hier kein Farmer mehr, oder was? Hm? Okay, ich muss dann doch wieder... Ja, komm, ich mach jetzt hier ein Fischermann. Ich denk mal, das kriegen wir hin. Ich hatte ja nämlich... Warte mal, wir haben ein, zwei, drei, vier Felder und wir haben vier Farmer. Ja, komm, dann musst du doch eigentlich aufgeben, oder? Ja, ja. Hm? Hallo? So, ah, jetzt. Jetzt ist es hier wieder weg. Ah, nee. Jetzt ist es da. Gott. Ich bin dann etwas verwirrt. Verwirrt. Warte, komm, jetzt haben wir hier zwei Farmer. Hier haben wir einen. Dann haben wir auch einen. Also eins, eins, vier. Da fehlt ja noch ein. Ah, hier, der hier, wa? Dann. Warte mal, guck mal, was machen wir hier. Hier machen wir dann Cabbage wieder. Was auch immer das ist. Aber jetzt haben wir alle aufgeteilt. Aber wir bräuchten... Jetzt fehlt hier ein Farmer. Hallo? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, und fünf Farmer eingeteilt. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Ach, hier sind zwei. Na, brauchen wir nur einen. Also, nee, eigentlich brauchen wir da schon zwei. Aber jetzt momentan halt nur einen. Nö. Aber... Wieso? Ach, guck mal, hier ist auch zwei. Ach so, jetzt wird... Guck mal, jetzt ist hier wieder weg. Ah, eins. Okay. Eins. 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 Jetzt geht's doch auf, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt haben wir auf jedem Feld einen. Naja. Gut, gut. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass hier ein Farmer reichen wird. Das fängt zwar schon an, aber der wird damit nicht fertig werden. Nee, 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 nee. Der wird da nicht fertig. Jetzt haben wir hier nämlich schon Sommer. Das hier wird auf jeden Fall fertig. Das hier, ja, könnte. Und hier hoffe ich eigentlich mal auch, dass das hier noch zu Ende geht. So, unser Futter geht langsam wieder nach oben. Wie sieht's mit Firewood aus? Ach so, das sind die Hölzer. Wo ist denn das Firewood? Firewood? Hier, da. 75, na, geht auch wieder langsam nach oben. So. Ja, schön. Ich glaube, wir haben unsere Durststrecke überwunden. Ich will jetzt aber erstmal nicht irgendwas bauen, weil wir brauchen ja erstmal, ja, Wien auch. Wir brauchen ja erstmal wieder ein paar neue Bewohner in Wittgar. Wir brauchen wieder Nachwuchs. Aber hier sind ja, wird schon fleißig geknattert hier im Dorf. Alle kriegen sie Kinder. Was natürlich zur Folge hat, dass ich dann auch wieder mehr Häuser brauche, ne. Aber ich glaube, guck mal, Jesus, was ist denn das hier? Das ist eine Riesenfamilie. Genau, ja. Vielen Dank.